Hallo, mit der Marco. Wir zocken wieder aufs Bar. Ich bin jetzt erst dazugekommen aufzunehmen. Ich nehm gerade Montag auf und wir starten das Spiel jetzt. Wir sind im Moment immer noch in der Kreaturenphase und ja, wir haben heute Montag und heute muss es noch gerendert und hochgeladen werden. Und nebenher zockt Marco einfach Sofie Fallgames und er stirbt gleich. Und wenn ihr euch denkt, meine Mikroquali ist gerade nicht so rückend. Das ist mein Mikro. Ich bin tot, ja, wir haben nur ein Mikro und es ist nicht das Mikro, ich komme ein bisschen näher, dann hört ihr mich vielleicht auch besser. Und ich habe schon ewig gelang keins Baum mehr gezockt. Mit meinem geilen pochenden Anus. Okay. Hey, wo sind... Es waren die Viecher hier. Dafür kann ich... Da kann ich nichts für. Und warte mal, ich muss jetzt erstmal mich nochmal ganz kurz reinkommen. Wir sind... Wir haben im Moment mehr... Waren wir auf sozial. Und jetzt gehen wir eher Richtung Raubtier und töten diese Leute hier. Bisschen zurück. Anrammen. Bam, stirb du Opfer. Anspucken. Wieder fressen. Ich hab zwei Archiv-Melds. Oh ja, läuft bei dir. Schön. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht ist mein Ton jetzt ein bisschen der In-Game-Sound. Ein bisschen zu laut. Nein. Was habe ich jetzt? Achso, ein Bein habe ich bekommen. Greift auch an, Mann. Okay. Nun war eine weitere Speziers ausgerottet. Das muss ich aber erst noch... Bisschen viel... Alter, ich bin so hässlich. Das gibt's gar nicht. Okidoki und wir haben 70 Punkte im Moment. Von dahin ist schon eine weitere Kreatur zum Auslöschen. Und wir können immer noch nicht fliegen. Schassig. So weit wie das sieben. Oh ja. Sag mal was. Ich? Ja. Nein. Stirb du Opfer. Ja. Das stimmt. Wie der einfach auch drauf zu rennt und den einfach wegrammt. Aua. Meine Runde geht jetzt 10 Sekunden. Weck. Eigentlich war heute ausgemacht, dass wir zusammen mit einem Felix. Mit einem anderen Felix. Anderen Felix. Egal. Egal. Egal mit den zwei Felixen aufnehmen. Der zockt zusammen mit Marco. Und dann zocken wir eben. Oder ich zock hier alleine hier. Ich klicke immer Rechtsklick, wenn ich was fressen will. Weil ich es einfach gewohnt bin, mit Rechtsklick zu spielen. Und ich brauche das gar nicht. Das ist sicher ein Linksklick. Ich bin hier noch. Ja perfekt. Die besseren Füße von dem hier. Anrammen. Draufspucken. Und wieder zu Weißen. Bis Kind einfach abhaut. Stopp, du Opfer. Ja, wir haben noch was bekommen. Und ich glaube, das ist auch das bessere Mull. Okay. Ähm, ähm, ähm. Wie sind wir jetzt hier? Muss ich immer aufpassen. Das hat uns voll runtergezogen. Aber noch immer noch nicht so weit. Wie weiß ich, wir denn hier? Hier auch noch nicht so weit. Dann gehe ich mal. Warte, nein. Ich töte noch mal jemanden. Halt. Es ist so unglaublich, wie ich einfach nicht zurechtkomme. Ich will was sagen. Sag dann was anderes gleichzeitig noch. Das ist ja so schlimm. Okay, lauf da mal hin. Sprinte. Boah, was sind das für Dinger? Heilige Scheiße. Ach, das sind so Kokons. Irgendwie konnte ich die auch noch essen. Aber ich weiß nicht wie. Sieht voll behindert aus. Nein. One hit. Nein. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, dass ich... Ich bin ein bisschen abgelenkt. Nein, ich bin tot. Du bist getotet. Du bist getotet. Der Shadow mit zwei Vieren. Hat einfach Marco getötet. Was soll das? Okay, zu weiter einer, zu einer. Wow. Ach, das ist der Alpha. Ich dachte... Conquest. Conquest. Komm, der Server ist auch gerade auch Daumen, ne? Nee, der ist nicht mehr Daumen, der Scheiß. Der wurde ja neu gemacht. Oh, der greift mein Ding an. Lass mal nach Hause gehen. Flegma-Werfer. Jo, nix, 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 nix. Was? Wow, was ist das für ein Server? Gomme. Ist der ja online jetzt wieder? Ja. Der ist ja richtig awesome. Also, die Lobby sieht jetzt richtig Hammer aus. Ach, die Premium-Lobby. Was? Alter, ist das geil. Also, schaut unbedingt auf den GOME-HD-Server vorbei. Die Lobby, die Premium-Lobby. Ist das die Premium? Die ganz normale Lobby. Die ganz normale Lobby sieht richtig Hammer aus. Na, hat jemand Bock zu ficken? Okay, ähm, 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 was passiert? Och, ich bin so doof. Das war Hilfe der Herde. Das war eine Fähigkeit. Und, du willst ficken. Dann komm. Scheiße, jetzt habe ich Hilfe der Herde benutzt. Oh, yeah. Nein, Hilfe der Herde. Das hier sind von meinem Planetfach, ja, wo ich gespielt habe, sind das Verbündete. Also, die habe ich gemacht. Die heißen Dolphus. Ne, die heißen, oder heißen die Dolphus? Die heißen doch, hast du auf die Uhr geguckt? Wenn wir angefangen haben. Ich glaube, vor... ...wie Minuten geschätzt. Okay. Das waren jetzt zwei Runden verkackte Survival-Send. Und jetzt... Alter, das Fies sieht so hässlich aus. Okay, das ist eigentlich mein Ziel, das ist ein bisschen hässlich zu machen. Aber ein bisschen schön soll es auch sein. Die Füße kosten einfach viel zu viel. Ich kann nur noch neue Füße hinmachen. Und das bringt mir Sprinten 2, Rammen 3. Ja, das ist gut. Und Geschwindigkeitsstufe 3. Greifer... Achso, ich habe doch gar keine neuen Greifers. Was sind das für Greifer? Sind... Welche sind das? Also ich denke jetzt einfach mal, sind die Würzelwopper. Keine Ahnung. Ist das noch irgendwas Besseres? Ja, die sind jetzt eh nicht. Die sind sich eh nicht. Da noch nicht. Achso, wir haben ein neues Mull bekommen. Wir hatten den... Schmatzer. Nö, im Moment haben wir... Schmatzer? Äh, ich mach ja. Ja, wir haben den Schmatzer. Was machst du? Tote. Tote, tete, tete, tete. Okay, wie heißt das dieses Mull? Koro Knirsch. Knirscher. Okay, dann gucken wir mal nach hierher. Nein, das... Ich bin Traitor, Jungs. Ich bin Traitor. Er ist Traitor. Jetzt können wir die nicht mehr kaufen. Shit. Pack ich dann nochmal die hier ran. Ich glaube, so lasse ich das auch. Das ist die... Nein, noch ein bisschen kleiner. Und ich bin gleich tot. Und er ist gleich tot. Er ist tot. Oh, Mann, er ist so doof. Beschiss in der Runde. Er ist so doof. Das sieht ja irgendwie gay aus. Ja, das Vieh soll auch gay aussehen. Meist es soll... Das Vieh heißt Rosayana, also... Das... Der hat einen geilen Arsch. Der hat einen Anus. Richtig dicker Anus. Kannst du den verändern? Ich kann den größer. Wie der pulsiert. Wie ein Affenarsch. Mach dir mal... Mach mal einen Kröppel draus. Nein, ich lasse... Ja, ich kann einen Kröppel, aber ich will den nicht ganz so hässlich. Oh, mach mal ein Schwanz. Nein, das ist sein Anus. Den hat er mal ein bisschen aufrechter hier. Ja, das ist ja voll das geile Game. Ja, also ich finde es geil. Deswegen habe ich es auch gesorgt. Dem habe ich jetzt eigentlich schon bessere Flügel. Da gibt... Ja, ich habe schon... Ich habe schon Flügel. Und damit kann ich nämlich nicht nur springen, sondern auch gleiten. Schellegg. Ähm, ja. Was ist das Schellegg? Ähm, ähm... Nein, das sieht geil aus. Warte doch. Ich kann das auch noch so drehen. Und dann sieht es noch geil aus. Und nach vorne. Nein, ich will sie doch nur, dass sie zur Seite hinwe... Kann ich nicht noch ein bisschen wegsuchen? Das ist ja richtig hässlich. Okay, ich verunstellte mein Viech gerade... Ich mache das Ding nochmal weg. Hier ranpacken. So wollte ich es ungefähr haben. Und... Alter, warum kann ich nicht hier nicht... Hahahaha, ich bin... Ich bin... Schlau, ich bin wunderschön und schlau. Keil ist aus, jetzt schau dich mal an. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Das hat sich bei Gomi auf jeden Fall einer Mühe gegeben. Ja, ich weiß... Warte, wie heißt der? Der Erbauer? Ich würde... Ich finde hier... YouTube. Auf YouTube? Nein, sag... Sagt doch nicht so viele Sachen, als muss ich die alle verlinken. Ich habe gepupst. Oh, geil. Oh, nein. Oh. Du hier. Oh. Mache, brennen. Mache, brennen. Kann ich damit jetzt auch einen Grundlauf machen? Das hat er hier. Aber ich glaube, damit kann ich noch... Hier kann ich nicht fliegen. Hast du... Du schaust ja auch BTTV, oder? Hör auf, sagen! So sagen, die ich nachher verlinken muss. Juli. Okay, hast du das... ...wahrer gesehen? Nein, habe ich nicht. Doch, hast du... Da hat ja... Da hat ja... Da hat ja irgendjemanden den Aufwand erfahren lassen. Echt? Ja, hier stinkt's. Ja, hier stinkt's echt. Okay, so passt das Ding, oder? Ich bin halt überhaupt nicht produktiv. Wo bin ich hier jetzt? Am Abgrund. Na, na... Was? Was los? Das ist los, oder? Die gehen. Was? Was hier ist ja gerade im bewegenden Moment. Die Horde verlässt das Nest. Und ich schlüpfe jetzt. Toll, ich war's. Alter, guck dir dieses hässliche Wich mal an. Guck dir die Augen an. Deine Spezies waren zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden, eine neue Heumanbase zu beziehen. Okidoki. Stimmt, wir gehen jetzt. Jetzt bin ich hier. Okay, wir können singen. Immer noch Stufe 1. Scheiße, da hätte ich was machen sollen. Okay, dann geh ich zu dieser unbekannten Spezies. Warte mal, wie sieht's mit meiner Kurve hier aus? Aha. Nein, ich singe jetzt nicht, wegen Copyright. Hä, hier, hier, doch... Achso, nein, was meine ich? Ja, der ist funktioniert. Was funktioniert? Wow! Ich habe schon wieder das Geil. Was für ein hässliches... Ein Augenaffe. Töten, nehmen lassen, töten, leben lassen. Töten. Töten, leben lassen, töten, leben lassen. Da direkt greife ich den Alphan. Ok, nein, oder nein, das kriege ich ihn. ok mal um scheiße alter 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 ich habe mit einem überlebt mit einem hp mein freund ist zwar gestorben aber von mir aus sind die akke die sind auch aktiv hundekind richtig hässliches ding es weiß nicht nur richtig hässlich du bist auch noch richtig hässliches ding okay auswachsen wieder weg scrollen also wir können jetzt ja hier hier fliegen was ich noch zeigen wollte so du dich bezürze ich jetzt mal wenn er dass er mein Rudel reinkommt r stimmig an er ist so macht die fiecher hier r die erste 10.600 Punkte aufkommen jedes Jahr aber das sind die die Augendinger an den, warte mal, ich hole mir noch das Teil hier. Dann hole mir noch Säbel. Schlagen zwei. Ach, das ist das Ding. Das hole ich mir, glaube ich. Weil du ein heißer Kerl bist. Ach, ein Keulenballen. Aufschlagen. Boah. Was ist da für eine Spät... Achso, das war die eine. Dann lasse ich den jetzt hier mal automatisch da hinlaufen und sprint. Da sind die Dinger, die mich vorher gekillt haben. Niemals gehe ich mal da wieder vorbei. Renn doch! Hier unten ist mein neues Heimatnest. Oh, warte, was ist denn das denn? Mülltablett. Das Ding heißt einfach Mülltablett. Ja, so sieht es auch ungefähr aus. Das hole ich mir noch zum Freund. Mülltablett. Nein, das kann tanzen. Vorher neue Füße. Ja, ich glaube, wir haben es zum Freund. Was? Dummsting. Dann gehe ich jetzt erst mal zum neuen Home. Da drüben. Oh, geil. Ein großes Knochen-Ding. Oh, das ist voll der größer Mensch. Oh. Wenn er jetzt jemand wie tot ist, läuft der Welt. Huh? Du größer Mensch. Aber wieder so eine... Oh, so eine tolle Szene. Du hast dein Nest. Du hast dieses Netz besetzt. Ich bin ein Besetzer. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Schön. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt einen Cut. Wiedersehen. Sag auch Tschüss. Bye, bye. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch. Und Komi dalassen. Wiedersehen. Ciao.